Peking, die Hauptstadt Chinas, ist auch Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt. Peking hat 21,5 Millionen Einwohner. Neben dem politischen Zentrum hat Peking auch noch weitere kulturelle und architektonische Highlights zu bieten. Der Platz des himmlischen Friedens, die verbotene Stadt, der Sommerpalast oder den Himmelstempel. Zahlreiche Tempelanlagen zieren die Stadt. Wer Peking auf dem Besuchsplan hat, sollte sich mindestens drei Tage Zeit nehmen, um die Stadt zu erkunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020